Bhujanga, die Kopra, einer der Schlangen. Bhujanga spielt eine vielfältige Rolle in der indischen Mythologie. Sarpa heißt Schlange, Naga heißt auch Schlange, Mojanga heißt auch Schlange und Bhujanga ist insbesondere die Kobra. Bhujanga, die Kobra, ist in Indien eine der gefährlichsten Schlangen. Die Kopras haben eine gewisse Größe und ihr Biss kann tödlich sein. So gilt es, sich vor der Kobra in Acht zu nehmen. Es gibt aber auch positive Konnotationen von der Kobra. Zum einen Shiva hat als Haarschmuck und als Ketten hat er Bhujangas. Bhujangas, verschiedene Kopras. Was heißen kann, was für den Menschen gefährlich ist, kann für Gott Ornament sein. Und die gleiche Sache kann gefährlich sein, kann aber auch Ornament sein. So gibt es viele Eigenschaften, die du hast, die auf der einen Seite dir gefährlich sein können, die aber auch gut sein können. Zum Beispiel Bhuga, Vergnügung und der Wunsch nach Vergnügen kann etwas Gutes sein, kann dir Schmuck sein, kann dir helfen, das Leben zu genießen und als Gabe Gottes mit Dankbarkeit zu empfangen. Bhuga kann aber auch dazu führen, dass du Ungesundes isst und dann ins Fetterhaben kommst. Ähnlich auch, Gerechtigkeitssinn kann viel Gutes bewirken. Du kannst aber auch aus übertriebenen Gerechtigkeitssinnen Menschen sehr negativ behandeln. Es gibt viele Kriege, die aus einem falsch verstandenen Gerechtigkeitssinn geführt worden sind. So kann das Gleiche bedrohlich sein und kann sehr viel Gutes bewirken. Shiva steht dafür, dass du das, was vielleicht als bedrohlich wirkt, als Schmuck umwandelst. Dass du lernst, deine besonderen Fähigkeiten und Kräfte positiv auszudrücken. In diesem Sinne kannst du überlegen, was in dir stört dich vielleicht. Was ist das, was in dir ist, was nicht so gut ist? Und du kannst überlegen, wie kannst du es positiv nutzen? Wie kannst du deine besonderen Eigenschaften und Charaktereigenschaften als Schmuck nehmen? So wie Shiva. Shiva hat Bhujangas. Shiva hat Kopras. Eine Kobra hat er um den Hals hängen. Eine andere Kobra, kleinere Kobra, um die Oberarme. Manchmal sogar noch eine Kobra um den Hals. Manchmal noch mehr. Bhujanga, die Kobra, die Schlange. Bhujanga ist auch ein Symbol für die Kundalini. Kommen wir noch drauf, wenn ich über Bhujangini spreche. Die Kundalini kann auch gefährlich erscheinen, gerade wenn sie plötzlich erwacht und du nicht mit dir umgehen kannst. Bhujanga ist aber auch sehr machtvoll. Daher kann die Kobra sehr machtvoll sein. Und die Kobra kann auch helfen, alles wegzunehmen, was nicht positiv ist. Bhujanga ist machtvoll. Bhujanga überwindet auch die Negativität. Bhujanga macht sich auch den Weg frei. All das sind Eigenschaften auch der Kundalini. Ich könnte noch viel mehr erzählen und du findest auch noch mehr über Bhujangasana auf unseren Internetseiten. www.yoga-vidya.de Bhujangasana, darüber wird es noch einen eigenen Dexikon-Eintrag geben. Bhujangasana ist die Stellung der Kobra. Bhujanga, Kobra und Schlange.